Die Headlines des Tages. Wikileaks-Gründer Julian Assange ist frei, Celine Dion gibt intime Einblicke in ihren Gesundheitszustand und alles neu beim Jedermann in Salzburg. Zweite Amtszeit für Ursula von der Leyen in greifbarer Nähe. Kurz vor einem entscheidenden EU-Gipfel haben sich Staats- und Regierungschefs der großen europäischen Parteienfamilien darauf verständigt, die CDU-Politikerin Ursula von der Leyen für eine zweite Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission zu nominieren. Jetzt muss von der Leyen auf dem EU-Gipfel von einer Mehrheit im Europäischen Parlament gewählt werden. Die liberale estnische Regierungschefin Kaya Callas soll EU-Außenbeauftragte werden, der frühere portugiesische Regierungschef Antonio Costa, Präsident des Gremiums der Staats- und Regierungsspitzen. Wikileaks-Gründer Julian Assange ist frei. Er hat das Hochsicherheitsgefängnis bei London und auch Großbritannien bereits verlassen. Kurz zuvor wurde bekannt, dass sich Assange mit der US-Justiz auf ein Schuldbekenntnis geeinigt hat. Demnach dürfte er sich im Spionageskandal teils schuldig bekannt haben. Im Gegenzug bleibt ihm eine weitere Haftstrafe in den USA erspart. Ihm wird vorgeworfen, durch die Weitergabe von Geheimdokumenten US-Informanten in Gefahr gebracht zu haben. Ein Gericht muss die Einigung mit Assange jetzt noch absegnen. Bereits am Mittwoch soll er vor einem Gericht auf einem US-Außengebiet, den Marianeninseln, erscheinen. Die Inselgruppe liegt im Westpazifik, nördlich von Assanges Heimat Australien und steht unter Hoheitsgewalt der USA. Im Anschluss soll er dann nach Australien weiterreisen. US-Medien zufolge soll Assange zu gut fünf Jahren Haft verurteilt werden, die er aber bereits in Großbritannien verbüßt hat. Seine Familie sowie zahlreiche Unterstützer zeigen sich nach seiner Freilassung erleichtert. Celine Dion kämpft sich zurück ins Leben. Die kanadische Sängerin feiert heute die Premiere der Doku I am Celine Dion. Vorab gab sie NBC News ein sehr persönliches Interview über ihre seltene neurologische Krankheit. Sie spricht über die Auswirkungen des Stiff-Person-Syndroms und ihre Entschlossenheit, wieder aufzutreten. Was hat Ihnen diese Krankheit genommen? Es hat mir nichts genommen. Ich werde wieder auf die Bühne gehen, auch wenn ich kriechen muss, selbst wenn ich mit meinen Händen sprechen muss. Ich werde, ich werde, ich bin Celine Dion. Weil meine Stimme heute zum ersten Mal gehört wird. Nicht nur, weil ich es muss oder weil ich es brauche, sondern weil ich es will. Die Dokumentation über Celine Dion und ihre seltene Krankheit gibt es ab heute auf Prime Video zu sehen. Neue zeitgemäße Sichtweisen sollen beim Salzburger Jedermann zum Einsatz kommen. Zumindest, wenn es nach den beiden Hauptdarstellern Jedermann Philipp Hochmeier und Bullschaft Delilah Piasko geht. Also ich glaube, dass jedermann ganz klar als Zeitgenoss ja erkennbar ist und erkennbar sein wird. Und eben nicht, dass es historisch angelegt ist, sondern heutig. Und das kann man auf jeden Fall verraten. Ich versuche mich gar nicht groß mit Schucke zu machen, wie diese Rolle im Vorjahr oder interpretiert wurde oder was von ihr erwartet wird. Sondern ich möchte ja natürlich auch Spaß haben und mich wirklich mit der Materie auseinandersetzen. Seit 3. Juni wird geprobt. Nach den Aufregungen um die Ausladung des bisherigen Teams hat man sich voller Elan in die Arbeit gestürzt. Am 20. Juli feiert die Jedermann-Neuinszenierung bei den Salzburger Festspielen Premiere. Weitere News lesen Sie 24 Stunden online auf kurier.at.